So, hier Manny 66 am Start. So, was spiel ich da? Korridor Z. Tausmal Z. Mal gucken, was es wird. Ich kann so ein Spiel da eigentlich gar nicht leiden. Peste. Ah da, mit der Frau. Schöne Busen, ja? Geil, cool, cool, geil. Da kann man ruhig mal was machen. Und schon direkt... Oh, leck. Ist hier ausgeholt, Bananen-Schalte, Call of Duty. Hammacht, so schnell geht das. Ja, was machen wir denn da? Ach so, 2. Leben bei 3. Sieht schon gut direkt aus, die Tussi. Oder hat doch vielleicht ihre Tage, wer weiß. Da, leider, 2. Versuch. Ja. Alles daneben geschossen. Ja, da war ich schon gut. Ich bin konzentriert. Ich weiß auch. Ey, komm nicht so schnell als die Menschen. Tja. Und dafür noch 3 Euro bezahlt. Hätte ich mir besser einen Döner gekauft. Hammacht. So, und dritte Leben. Und weiter. Bier trinken, Junge. Ja, keine Ahnung, was da war. Boah. Na, ne? Wie schnell die sind. Reingerutscht in den Tod. Hammer. Deshalb da will ich halt, ey. Gar nichts mehr zu sagen.